So und Willkommen bei The Evil Within The Consequence. Ja, ich spiele also so gesehen das The Evil Within DLC Teil 2. Ja, den zweiten Teil davon. Ja, möchtest du Archiveinträge aus The Assignment übernehmen? Personalakten, Forschungsunterlagen und der zusammengesetzte zerrissene Brief werden aus allen Speicherdaten deines Profils übernommen. Archive wird importiert. Die übernommenen Einträge können im Archive über das Pausenmenü eingesehen werden. Okay. Und los geht's mit The Consequence. Na, diesmal nach der Screen. Verfolgen Ihre Geheimnisse Sie? Wollen Sie sie loswerden, aber etwas hindert Sie daran. Kommen Sie zurück, Kind. Erledigen Sie Ihren Job. Nein! Nicht! Bleiben Sie weg von mir! Hören Sie auf, wegzurennen! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Ist es vorbei? Bin ich zurück? Agent Pittman. Da ist doch gar niemand... Kapitel 3. Illusionen. Nein, nein. Ich bin hier. Oh, wir wissen wohl sie ist. Ja, ja, wir wissen das. Da drin ist niemand. Judgerin ist auch niemand. Den Spiegel kennen wir. Diesen Raum kennen wir auch. Und es ist genau der gleiche Raum, nur dass jemand nicht da ist. Sind wir wach? Hey, was ist hier los? Wo sind wir hier? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Soll das ein Scherz sein? Die reinste Zeitverschwendung. Okay. Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Ähm, ja. Kann man so sagen. Der Stuhl ist, äh, nur noch ein normales Stuhl. Können wir da hinten eigentlich rein? Oh ja, das können wir. Alter. Ähm, ich wusste was. Ich habe schon wieder Rechtsklick gedrückt gehalten. Ach, was für ein Kack. Warum denn bitte bei Rechtsklick? Also... Wir brauchen den Jungen. Mit ihm können wir alles verändern. Ich hole Ihnen den Jungen. Sie kennen die Folgen, falls Sie scheitern sollten. Ja, aber wenn Ruvik mit ihm geht, es muss einen Weg geben, ihn aufzuhalten. Oh, da hinten leuchtet was rot. Da geht's ja wahrscheinlich weiter. Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Es ist Hass. 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 Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Wer war das? Und woher weiß er von Ruvik? Wenn ich noch hier bin, dann ist er sicher auch noch. Okay. Und hier ist bestimmt... Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Sebastian. Er muss gerade woanders sein. Ja. Verdammt, er hat mit all dem nichts zu tun. Okay, jetzt ist hier voll. Voll, 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 voll. Mobius. Irgendwas zieht mich dorthin zurück. Hier ist etwas, was sie gebrauchen könnten. Ja, was könnte ich denn gebrauchen? Ach, die meinte einfach das hier. Was könnte ich gebra... Ach, ich mag sie nicht. Theoretisch wäre es zwar möglich, dass ein Wirt einen Nutzer mit sich überschreibt, aber es ist fast unmöglich, dass sie kompatibel sind. Aber der Junge, Leslie, Sie glauben, er ist kompatibel? Ja, und laut Rubens Notizen müsste der Stem mit Leslie als Basis funktionieren. Führen Sie Tests durch. Finden Sie heraus, wie wir ihn zu dem leeren Blatt machen, das wir brauchen. Sie wussten... Sie wussten, wozu Leslie fähig ist. Verdammt, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Hm. Okay. Uns wird also alles verschwiegen. Achso. Alter. Diese Schuhe, die sie anhat. Die sind einfach nichts von mich. Das erkennen wir doch. Es gab hier ein Stem-Terminal. Im untersten Geschoss. Okay. Wenn Leslie auch hier drin ist, ist er bestimmt dorthin gegangen. Vielleicht komme ich so hier raus. Okay. Da hinten. Hier können wir eine Tür erscheinen lassen. Und hindurch gehen. Ja, ja, ja. Das gönnen wir. Was bist denn du für eine blöde Mülltonne, ey? Ohne Strom komme ich nicht durch. Ich muss die Stromversorgung einschalten. Ohne muss nichts los. Wo ist mein Moos? Wo ist mein Moos? Moos, bist du hier Moos? So. 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 G278. Aha. So. Still. Okay. Kraft. Ach fuhr. Nein. Ich kann hier drin fast nichts sehen. Leuchtstäbe. Besser als nichts, schätze ich. Naja, so gesehen ist nichts auch nicht gerade besser. Ja, auch nicht gerade schlechter. Ach, ich habe mehrere davon. Oh, ich habe unendlich viele anscheinend davon. Dann ist das eigentlich auch okay. Wenn die zumindest nach einer Zeit nicht ausgehen. Dann sind die voll okay. Die gehen natürlich nach einer Zeit aus. Hä? Ach, ich muss hier. Ich muss hier. Hä? Warten. Warten. Sie mal. Ach, da ist eine Leiter. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich benutze eine Leiter. Ach, ne. So. Was ist hier? Was ist hier? Hier ist gar nichts. Okay, okay, okay. Was nutzt das mir hier? Hier ist doch auch nichts. Hä? Ich verstehe den Sinn hinter diesen zwei Dingen nicht so. Ich werde wacher und wacher. Okay. Und scheint muss ich also hier lang. Dann ist hier anscheinend nicht. Das ist gut. Okay. Ich möchte mal das Bewegungsmuster sehen. Okay. Ich denke ich hab's. Okay. Wehe, die kommt. Okay. Die kommt anscheinend nicht. Durch die Tür. Was? Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Okay. Hier wird gespeichert. Irgendwo muss man den Strom wieder einschalten können. Okay. Das denke ich auch. Und ich hoffe es so gesehen auch. Da geht's runter. Was ist hier? Oh ne. Das sind die unsichtbaren, oder? Sind das die unsichtbaren? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich geh einfach mal. Den ganzen Weg wieder zurück. Ich geh einfach weiter. Hier ist ne Axt. Das ist... Kein so gutes Zeichen. Warte, wo bin ich? Da muss ich. Oh Gott. Ich brauch... Oh Gott. Oh Gott. Das... Das ist gemein. Das ist... Das tut... Schmerzen. Ich hätte mich besser verstecken sollen. Aha. Okay. Hier wird also das letzte Mal gespeichert. Diese Geräusche. Diese Geräusche. Ich... Schwer. Schwer. War da vorher auch schon noch? Ich möchte es so gesehen eigentlich gar nicht wissen. Alter. Wieso ist hier die Axt nicht? Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Ich kenn die Axt. Ja. Sag mal. Hier. Okay. Ich weiß grad nicht... Woher diese... Gelben... Ich werd gesehen Zeichen. Wow. kam. Aber okay. Ich frag mich hier an sich eh wo diese ganzen Geräusche herkommen. Das ist doch nicht möglich. Okay. Was? Okay. okay okay whoa die eine hat nur einen schuh an sie ist so verbrannt das ist doch eine sie oder bist du eine sie ne das ist näher okay 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 hier geht es gar nicht durch ach hier war ein leiter stimmt habe ich schon vergessen gehabt so okay dann können wir wieder zurück ganz einfach und ich sag dann hier mal tschüss und bis zum nächsten mal bei der evils in der konsequenz okay okay